Willkommen zurück zu Gates of Hell, liebe Leute, es geht weiter. So, los geht's. Ich bin auch wieder dabei, hallo. Kurz, los geht's. Also, was haben wir gemacht? Das muss ich jetzt nochmal machen, weil eben ist der Black Eye leider gecrasht. Also, was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben jetzt hier die Slots ausgefüllt. Gruppe 1 ist jetzt Pioniere, ein bisschen Infanterie und Minenleger für Verteidigungsmissionen, ganz wichtig. Dann Gruppe 2 Sanitäter, Spärfahrzeugoffizier, Veteranenschützen, Flammenwerfer, Veteranenschützen für Black Eye. Die haben wir nämlich jetzt geforscht. Ach, guck mal, jetzt haben sie auch die Icons oben drauf. Das hatten wir nämlich eben nicht. Vielleicht ist deswegen irgendwie abgestürzt. Das könnte auch sein. Dann, Gruppe 3. Also, wir haben alle alten Schützen verkauft und gedacht, weil wir hatten noch zwei Punkte übrig, das würde ich uns holen. Ich habe jetzt bei mir Infanteriegeschütz, Mörser, Osttruppen, Sanitäter, Starr. Ist jetzt hier auch, weil wir das nächste Gruppending haben und Veteranenschützen. Dann Gruppe 4 ist Gemisch für Verteidigung. Auch hier Paks und Flak und Deschka und Osttruppen und Versorgung und nochmal Versorgung. Und bei 5 sind jetzt unsere Panzer drin, Artillerieversorgung und Feldingenieure. So, los geht's. Kampagne auswählen. Wir haben zur Auswahl Fabrik 3, Munition 1 und Bonus 2. Machen wir die Fabrik? Ja, machen wir. Ich glaube, das geht gut. Schön schwer. Ja, schön schwer. Oder beim Bonus ist so ein Forschungs-Plus-Symbol dran. Hm. Gute Frage. Aber dafür kriegen wir keine, äh, Bonuspunkte kriegen wir dafür nicht. Das kämen wir, glaube ich, nur für Airports, ne? Genau. Hm. Machen wir die Fabrik, die ist schön schwer. Sehr gut. Los geht's. Rein in die Schlacht. Rein in die Schlacht. Ran in die Waffen. Laden und schießen. Data hat das gesagt in Star Trek. Oh ja. Offen. Es wird schon beigetreten. Und los. Nur mit Profis. Das ist ein Flugplatz. Aber wir haben auch schon gekämpft, oder? Ja. Und nicht dieser Kampagne, glaube ich. Müsste auch im Stream gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir haben noch gar keinen Flugplatz gekämpft, oder? Hm, ne, tatsächlich nicht. Weil, das könnte erklären, warum wir keine, ah, ne, doch. Jetzt hätten wir doch kein Flugzeug forschen können, oder? Ah, ich weiß es nicht. Forschen kann man die immer, aber du kannst die ja nicht ausrüsten. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal einen Flugplatz nehmen, wenn's einfach mal da ist. Ja, damit wir mal ein Flugzeug mitnehmen können. Hm. Mhm. Panzer, die wir nicht kaputt kriegen, oder sowas, falls die jetzt dann doch mal stärkere Geschütze auffahren, die Russen. Ja. Man kann die halt auch so schön direkt auf den Punkt schicken, dann ist erst mal direkt alles weg. Genau. Ich mein, wenn sie jetzt schon Kartuschja, so einen 85mm Flakkanon einsetzen. Ja. Kann's ja nicht mal lange dauern, bis da, äh, größere Fahrzeuge kommen. ...wenn ich hab mal gespannt, wie das wird. Oh, drei Punkte. Oh je. Großzügig verteilt. Toll. Okay. Das wird ja was. Was machen wir denn zuerst? Im Wald. Das ist nicht rechts. Das ist schön ebenerdig. Warte, ich hol jetzt mal die Verstärkung für dich. Okay, vielleicht doch nicht rechts. Vielleicht machen wir doch erst links. Hm, ich glaub, ist einfacher, ja. Ich weiß nicht. Aufteilen ist nie ne gute Idee. Hm. Bin ich auch kein Fan von. Also ich würd's gerne machen, aber es geht immer in die Hose. Ja. Äh, dann mach ich jetzt mein Slot. Boah, sehr schön. Die sind doch alle da reingequetscht. Oh. Alle im kleinen Auto. Ich nehm meine, ja, ein Drehgeschütz. Position! Mather verrücker! Guck mal an die Waffe. Du musst da in ein Späfahrzeug schonmal... Woll. ...die Soldaten noch verteilen. Damit die nicht alle auf einmal getötet werden. Ja. Ich auch. Guck mal, der Kommandant kann das Fernsehen machen. Ist das geil, oder? Guck wie gut das aussieht. Streckens Bild schon vom Waren. Das sieht ja vom Bastel aus. Ja, ich hab das Kusszieger an die Front. Das bei niemandem stehen. Ja, die Luft brennt, sehr gut. Nehmen. Daneben! Der neb im Saal. ich weiß nicht was sie da stehen haben wir warten jetzt erst mal dass der maxim über die kante rüber gucken das ist ein zweimal zwischen den holzbalken fassbar. Gleich ausgeräuchert. Ausfahrt mit daran. Alle direkt Stufe 3. Stufe 3 an. Bam. Ah, versenkt. Läuft er. Hups. Bin ich stehen. Karte. Ich glaube, ich muss näher ran mit meiner... Wir sind gerade so aus der Reichweite. Oh, versenkt. Hätte sich nicht angeschlichen. Yes. Sie sind aber gut wie aus von der Läuft. Ausrichten. Läuft sie weg. Schieß sie weg. Sieht nicht durch. Wart, was tust du? Kampelser zurück. Sieht da einer angeschlichen an dir, oder was? Hier ist gerade das Eingeschlagte. Kann sein, dass es der Mörser war, der auf den geschossen hat. Halt nicht. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Ich glaube, ich schicke ein paar Osttruppen zum Spänen vor. Sind das die Osttruppen? Wollt ihr die vorfertigen Jungs? Gehen zuerst? Ja. Steh die auch direkt mal auf Feuer erwidern nur. Dann... ...mich einfach mal hier so ein bisschen zwischen den Holzbrettern und so. So, und da hin und da. Ich höre ein Fahrzeug. Das ist jetzt gerade gar nicht so gut. Ich habe nur das Infanterie geschützt. Wir lauten die Befehle. Ich höre auf was. Ich sehe es noch nicht. Oh. T-70. Oh. Problem. Problem. Zug. Los jetzt. Wir greifen an. Schieß doch. Das ist der Feldbebel. Boom. Aber es ist nichts passiert. Boah. Biest. Was haben wir nochmal auf eins? Nur die Pioniere, ne? Das bringt uns nichts. Panzerabwehrgranaten oder so. Die Russen hier haben noch immer was dabei. Ich will wieder auf meinen Offizier schießen. Das wäre jetzt gar nicht so toll. Oh. Sehr schön. Hat es erledigt. Der brennt. Der platzt jetzt gleich. Ich habe auch Panzerabwehrgranaten geklaut. Ich glaube, wir müssen warten, bis wir Fahrzeuge... Sollten wir direkt warten, bis wir die Panzer haben? Ich glaube, das ist gesünder. Wahrscheinlich. Mehr Zeit. Und ist nicht eidig. So, dann da. Da, da. Schuss von hinten? Jo, die kommen so von der Flanke noch. Ich habe es mir schon ein bisschen gedacht. Ausgestellung. Durch. Also, ich muss sagen, der Stab ist schon ziemlich cool. Der Rückseite, der B-Fahrzeuge ist auch noch geschützt. Ah ja, bei dir. Ja, ja. Das reicht gar nicht. Das ist egal. Unter Druckungsfeuer! Nein, da ist ein Scharfschütze. Irgendwo ist ein Scharfschütze dabei. Gerade Schütze. Oh, da kommen sie jetzt aber, ey. Da kommt der LKW. Der hat bestimmt Truppen abgesetzt oder will Truppen absetzen. Kommt Jungs, der Scharfschütze immer noch. Jetzt ist es lang. Hast du ihn jetzt gesehen? Keine Ahnung, warum. Boah, 120 mm Mörser. Fahrzeug aus dem Dorf auch. Ja, du musst deine Soldaten mal ein bisschen auseinanderziehen. Anstieg auseinander. Das war schon der dritte Schuss. Wir haben sie aber gut getroffen mit ihrem... So, jetzt reicht's. Hier, bitteschön. Äh, das sind ja... Ne, das sind meine Medics, glaube ich. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Äh, die Artillerie. Genau. Genau. Abwehr-Wien-Liga war da interessant. So, nach links zum Punkt vor, dann verteidige ich nach rechts Richtung... Ja, ich, äh, äh... Okay. Panzer da hin. Ich will jetzt erstmal mit der Artillerie ein bisschen schießen. Wohl. Von hinten kommen sie jetzt auch noch, ey. Naja, wenn man das von hinten nennen kann. Das war nicht so richtig, aber das haben wir im Griff. Jetzt gibt hier noch eine Feldingenieur. Kann mit den Panzern gerade rein. Feuer! Boah! Böner Pfeffer. Ah, die kommen schon wieder von da oben. So. Wollen wir mal weiter. Ist das von hier? Hörsa. Wo? Oh, hier. Wo ich markiert hab. Irgendwo. Im Wald bei den LKW in der Nähe. Es ist nicht in Ruhe. Spähfahrzeug vor. Wir müssen da mal nachschauen. Da ist er. Das war sich wie die Beta-Würste. Anda, Jungs. Wir sehen. Ich muss weg. Ich hab die Crew ausgelöscht gerade. Oder er ist kaputt. Nee, sie ist weggegangen. Den kriegst du. Sehr gut. Boah, den müssen wir auch verobern. Nämlich haben. Oh, das. Dashcard. Das macht dich jetzt lang. Hat dich lang gelangt. Das gibt's doch nicht. Ja, die sind. Hörsa. Feuer da jetzt rein. Ja, du bist ja eh auf der Seite. Dann lass ich meinen da stehen. Auf, Jungs. Volle Deckung. Unfassbar. Haben sie das Spielfahrzeug geknackt mit ihrem euren LKW mit Dishka. Ist das ganz im Arsch? Nee, ist es nicht. Nee, ist noch reparierbar. Gerade um die Besatzung. Die Mission werden noch nicht mehr ausgelöscht. Aber merkt das gut. Ja. Gut. Jetzt vormats. Hol durch den Berser. Dishka ist weg. Ist erst weggelaufen. Ja, ist er noch. Ist er schon wieder zu zweit, die Jungs. Wieder einen neuen gekriegt. Schiss auf mich. Der Sack. In die Handbanate. Ich hab ne Scharfschützen. Oder noch ein Scharfschützen. Ich weiß es nicht. Ist es der Mörser, der auch Sachen in Brand setzt? Ja, der kann Kross-Kopf fließen oder sowas. Ist er eigentlich dran? Kannst du mit den zwei Typen den Mörser zurücktragen, wenn du willst? Nee, kann ich nicht dran. Wir halten mich voll unter Beschlusst. Okay, gut. Ich glaub, du hast sie erwischt. Ich kann mal probieren. Ach, sie erwischt, der mich da mit seiner Sub-Machine an die ganze Zeit beschossen hat. Mörser Jungs. Woran? Woran? Ja, der hat Brandkanaden. Auch Brand und Hochexplosiv. Sehr schön. Und das noch einer. Noch zwei. Der hat aber reich. Der kommt ein Fahrzeug. Nee, ist ein CIS. Ja, ist ein Fahrzeug aber. So, die erste Fahrnahme haben wir schon mal. Los. Aus dem Weg, du minderwertiges Fahrzeug. Bronze. Steckt in mir drin. Jetzt ist es mir nicht. Pass auf. Jetzt müssen wir dann nach Haus. Tja, das ist die Frage von, wo die immer Verstärkung bekommen. Da, guck mal, diese coolen kleinen Stellungen hier. Die sind schon cool. Ja. Vor mit allem. Es ist irgendwie nur so ein Bunkerhäuschen. Wahrscheinlich, weil es kalt ist. Wir nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier nochmal einen Gegenangriff machen oder so. Sie nicht. Jetzt fahren wir jetzt einfach zum nächsten, würde ich sagen. Ja. Ich auch. Kommt was. Garde Truppführer. Garde Truppführer. Jawohl. Befehle. Schießt er. Alter, der Mörs ist ja gestört. Du setzt ja alles in Brand. Fang. Er ist immer noch nicht down. Er hat ihn fast genau getroffen. War. Sehr schön. Oh oh. Zack, längs. Ja, umdrehen. Nein, anders umdrehen. Gibt's doch nicht. Mit dem Schauschützen. Hast du immer so viel Daten. Okay, mit dem Rest gehen wir mal da lang. 120 mm Mörs ist auch schon. Oh, was war das? Oh, was war das? Der Panzer immer noch. Komm schon. Oh, Treffer versinkt. Hatte denn hier eine Panzerabwehr-Gramatik? Das ist ja gut. Der nutzt ja nicht. Der schwebt. Ja, stimmt. Schießt du da gerade dann auch drauf? Äh, nicht mit Absicht auf jeden Fall. Besser schießt nicht. Der ist es nicht. Komisch. Komm jetzt, Daniel. Ich meiste mal eine Sprengladung auf dem Panzer. Oh, da ist der Sack. Ich finde, es schwindet jetzt immer. Ich's doch nicht, ey. Ah, jetzt hab ich irgendwas getroffen, glaub ich. Nee. Ja. Ich glaube an dich. An dich. Der Held. Und. Ja. Nein. So, was so kommt Rolle? Ich könnte die Unterwanne schießen vielleicht. Die Unterwärter. Oh ja. Die Unterwärter. Ich weise leider nicht. Nee. Okay. Ich weise. Was anderes. Nein. Der nicht. Aha. Gartner haben aber gerne Quante Granaten dabei Du hast den Soldaten ja hinter mit dem Abfaller getroffen Ist ihm egal, ist ihm egal Kann ja nicht wahr sein Hält der das denn alles aus? Oh, noch ne Springladung Da, der Turm dreht sich Die Chance Oh, ist ihm egal Ist doch nicht Will ich den da nicht kaputt? Stürb Ich hol jetzt mal gleich unsere Packs Ach, da ist wieder einer Ich will dich hin Ach, es geht gar nicht Nein Ach, Scheibenkleister Das gibt's doch nicht So, hier ist unser Oh mein, das wird jetzt aussortieren hier Black Eye Black Eye Black Eye Ähm, pack Guck mal, da kommt ein Auto an den Punkt Ach, so ein Kackes ist das Das gibt's doch nicht Dann kann ich mich jetzt nicht drum kümmern Das ist natürlich Nutz den Moment der Schwäche Granaten Hält auch Rauch Toll Ich glaub, er ist leer Oh, hat's denn ja geschossen Oh ja Sehr gut Geht's doch nicht Man ist alles weiß Ich erkenne nichts Das Fahrzeug steht noch gefällt Ja, ich fahr doch schon Nein, nein, mein Auto Sehr schön Bist du noch einer Das ist nur noch einer Das ist der vierte Scharfschütze, glaub ich Sinn Okay Aber mittlerweile haben wir aber einige davon Ja, nicht gut Okay, du da hoch Ventriegeschütz Deschka Deschka da hin Ventriegeschütz Das ist die Flak Dahin Die Truppe nach vorne Ich will den Panzer erstmal wieder in unsere Frontlines rückbringen hier Vielleicht lässt ich den Panzer auch an der Fahne stehen Weil ich glaub, die wollen hier ständig irgendwie antanzen Stimmt Die gängige Angriffspunkt sein Die Flakke wieder zurückzuerobern Ja, da ist immer was Ja Valentine Valentine, oh Valentine Valentine, oh Valentine Die Tod sind deine Blätter Ah, sehr schön Den hast du erledigt So, Jungs, weitermachen So, den Ah, die Flak Da hin Der ist dood Oh, der Flammbörser hat den Punkt getroffen Okay, der Panzer auch Gut Da ist nix mehr am Leben Oh, sehr schön Jetzt zu Munition Boom Das wär's Munitionskiste oder so Das wär super Ja Fahrzeug links Was denn für ein Teil Auch der, den haben wir noch gar nicht gesehen Den kleinen Maschinenbewerb Das ist ein Auto mit einem MG Eigentlich Und tschüss Hat aber ein unschönes Ziel gefunden Ich fühl grad unsere Mörser wieder auf den Munition Deswegen geht's hier rund Sehr gut Wird alles ausgehörtet Jemand guckt Da kommt direkt drei Kanonenschüsse zurück Und schon wieder ein Fahrzeug zu fahren Ich fühl mal aus Jetzt aber vorwärts KV-1 Wichtig Ich muss den mal anders hinstellen Irgendwie hierhin Also das hört ja gar nicht auf In der Sekunde einen Schuss Oh ja, die Dishkan, die Front Ja, ja Hat nicht vor Der ist ja auch schon angekommen Ja, sie hat direkt schon mit ihm umgeschossen Sehr gut Aber gut getroffen, der Panzer Übereindruckt Oh, für meinen Schützen habe ich alle verloren Das gibt's doch nicht Ne, doch nicht Aber einige Ich mag die Schneekarten Ich seh so wenig Ist so schwer zu erkennen alles Die anderen Karten auch lieber Links Ich wollte es aber wissen, da, wa? Dann wär er wieder Ich glaub, der ist kaputt Ah ne, der hat noch Aber Boah Kommen wir auch noch Einige Füßzoldaten mit dazu Links Was ist denn eigentlich mein Stab? Ach da Ich muss mal wieder mit vorschicken hier Zum Wehrpflichtigen Das ist mein Zauberstab Jetzt wollen es aber Meine Güte Jetzt können wir immer mehr Mhm Da haben ja auch die Mörser, die helfen Oh Der schwere Mörser lohnt sich Super Die Frage, wie teuer er ist Oh, sehr gut Schieß noch ein bisschen Noch ein bisschen Jetzt Schieß mal ein Dauerfeuer Ja, sehr gut Erste Maus der Reichweite Deswegen Warte Wo bist du? Ja, schieß nochmal Da Stehen bleiben Ich muss Bilder machen Wie die Flamme da rausströmen sehen Sehr gut Sehr schön KV2 Deckung Was? KV2? Oh Gott KV2 Deckung Stab zurückziehen Der schießt rum Ist das richtig? Der Verschwindibus-Panzer Nein Alle hinlegen Und Feuer einstellen Oder Feuer erwidern nur Ein Zaubertrick sehen Hier Deine Soldaten sind alle weg Da ist er Ich muss nur näher rankommen 20 Meter Dann sind die Packenreichweite Den brauchen wir Obwohl er mir einfach viel zu langsam schießt Aber der Ton Den kriegen wir wahrscheinlich direkt Das war nicht so gut Ich lass mal einen Brand setzen Komm da nicht Okay, du kommst durch Hat keinen Laden Dann geht das schon Nein, 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 nein Dreh nicht den Turm zu mir Dreh nicht den Turm zu mir Oh Ich glaub das war's für ihn, oder? Brennt der Äh Das ist nicht Gar's nicht berücksichtigt Das brennt aber alles schon nicht Hier gerade Der Mörser hat geschossen mit Brandmunition Du hast ihn Mehr geschossen, oder? Ne, noch nicht Ist da einer drin Meine Güte Stirb Du Monster Der Schuss Über die Karte fliegt, ist lustig Wir hätten mich einmal geschossen Gott sei Dank Die Waffe nicht runter zu kriegen Oh, mir ist leer Okay Oh Oh, oh Oh, oh, oh Boah, die würd ich gerne haben Hm, die wäre gut Ich hätte Lass für unsere Pack Irgendwie sind sie nicht Marsch Nein Stehen beim Strip Eins, zwei, zwei Äh, haben wir sie? Ja Nichts uns Kriege Ausräucherung Dreck mal holen Sehr schön Damit können wir was anfangen Man greift erfolgreich Sehr schön Sehr gut Ich ziehe mal alles nach Die Position hier oben ist übernommen Sehr schöne Posi, muss ich sagen Zwei, der war echt Der war Der war gruselig Ja, der war echt gruselig Unser erster Miniboss hier Zwischenboss Miniboss Der ist eigentlich mein Offizier Ich kann das noch gar nicht sehen Ich muss nur den mal aussteigen lassen Hier Ne Das sind mehrere Ich hab zwei Offiziere Stab Ne, Raimund Schmuck heißt der Raimund Schmuck Oh, jetzt ist der Falsche da In der Position Ah, jetzt ist der Falsche Das ist der Richtige Jawohl Da haben wir den Angriff Zurückgeschlagen Sieht schon cool aus Das sind nicht gar links Das ist eigentlich nicht Ah Ah Los Oh nein, die haben sie kaputt geschossen mit der Dashka Mann, meine schöne Flak Oh nein, nicht die Flak Da beziehen wir auch alle unsere Mörser nach Ne, hast du schon Meiner steht schon vorne im Bunker Ah, Spaß Da keine Trinierung mehr Ja, nur den einen Und den hast du da im Angriff auf den KV1 zerstört Ja, hier, bitteschön Ja, sehr gut Ich will den KV2 mal flatt machen 52 Millimeter geschossen Sehr gut Ja, nur noch einen Punkt Schaffen wir Wir haben schon die Oberhand Ist ja meine Pack, ist sie tot? Ne, ist sie Meine Schützenposition auch gebaut da oben, so wie sich das gehört Jetzt krieg ich bestimmt Pack auf mein Sperrfahrzeug hier Ja, ich bin nicht mehr reich, Leute Okay, dann Ich hab den LKW noch mit den ganzen Schützen Kommt ein Fahrzeug? Ein BA10 Ne, ich hab nichts gesagt Nur noch bis Weihnachten Habe ich keine Axt vor Kommt kein Fahrzeug Ah Nur noch bis Weihnachten, haben sie gesagt Das hab ich noch nicht mehr gehört Schussbahn frei machen, siehst du wohl Sehr schön Oh nein Und der Kommandant ist doch direkt tot Nein Ich schweine Und jetzt wagen So viel zu, du hast nichts gesagt Wirst du nicht, dass du deinen Kommandanten soweit rauskriegst Eine Artillerie verloren, das gibt's doch nicht Auch ein BA10 Tatsächlich Teamgeschoss? Der ist jetzt erschossen Typ von hier, da saß einer vor der Frag Ja Vor dem Geschossrohr Ich erinnere mich an was Jetzt ist er da nicht mehr Er ist verschwunden Ja Saubertrick Da war sein Kopf Und jetzt ist er nicht mehr da Wir laufen die Befehle Sagt Deutsch, ne? Sagt Deutsch, ne? Schaut der dumm aus, der Wäsche Ich spreche von den Soldaten Ja, dann weiter, würde ich sagen Verbrennt sogar der Stab, ey V1, links Oh je Habe ich Direkt drüber geschossen Super Super Sache, Jungs Das könnte euer einziger Schuss gewesen sein So nicht Unterkante, Unterkante War nur eine D Ich bin eigentlich ein Turmschießer Ich bin eigentlich ein Turmschießer Ich bin eigentlich ein Turmschießer Ok, der Schuss geht wieder durch Derennt Es war's Was ein bisschen brand munition rein schießen in die punkte ich rück mal hier weiter vor jetzt zerlegt sehr lebt sehr schön wir haben ganz viele hier der markierung hatte scheiße ich weiß nicht wie die das geschafft er lässt man wie einmal allein und dann ich bin in die berufsunfall das ingenieure sachen bauen aber niemals fahren was wir schaffen ist ein lkw auf einer geraden strecke aufs dach zu legen das ist auch schon gekonnt passt wieder keine box ins inventar haben wir spielkarten dabei ach du scheiße das ist ein besserer ja das ist der t4 1976 oder wie der heißt das ist noch eine vorstufe aber quasi ein upgrade zu dem äh letzten mit der commander kapsel unten drauf und de facto eine zu pack zurück fahren die braucht 20 jahre bis sie da ist ich schaff das schon ich weiß ja ach ja jetzt fritze kv2 ist einsatzbereit muss ja deine ostlegionäre daneben liegen wie bitte? kv2 ist einsatzbereit wenn du die nutzen möchtest ja der soldaten liegen daneben ich spreche ihn so russisch, weil er außen drin sitzt vielleicht bringe kv2 zu dem anderen ich hasse Wassertürme nein, tu es nicht ich habe es verschwunden ich bin gar nicht da angekommen da fielst der Baum weg du hast hinter dir Infanteristen hinter deinem kv ich sehe ich gute einsatzaufklärer ich meine, weg von euch solange ist die KI so blöd, was Panzergranatenwerfen angeht also das Haus muss weg da hast du aber die ganze Ecke aus dem Haus rausgesprengt Junge, Junge ich dachte, du kommst mit mir mit dem kv1 helfen da war die Idee, ich habe ihn gerade nur umgedreht um die Leute wegzukriegen von meiner Nase achso schwieriger als gedacht so, fangen wir mal da hin also Angst habe ich halt vor dem gar nicht, aber das ist halt so zeig mich kurz zeig mich kurz kriegt zwei Mörse, eine packen Panzer und eine Flak an Kopf sehr gut da kommt der ich habe nur noch hochexplosive Munition, was anderes habe ich gar nicht mehr da ist Sturm KV1 Was hast du gefunden David KV2 Field Macht ihr denn da Elefantenrennen? Ah, nicht durch. Ah, der ging durch. Der ging einmal wirklich durch. No. Der liegt noch. Das Ding steckt aber auf Kugeln ein, ne? Ja. Ah, Sieg. Der schützt nicht weit genug runter. Für mich. Ey, jetzt voll in den Motor. Fahre. Er geht nicht durch. Für mich. Ah, jetzt. Rennen. Ja, dann haben wir ja alles. So, du kannst nicht mehr schießen. Du schießt jetzt mal mit dem KV-2 auf diese Tanks da. Oder auf das Haus. Ich schieß mal auf die Tanks. Ne, ich schieß auf das Fahrzeug hier. Für den Abschluss. Damit. Der Haufen muss weg. Oh mein Gott. Ich habe schon ein Auto. Ja, sehr schön. Das ist ein Gerät. Ja, mal gucken, wie viel der kostet. Gut, dann gehen wir raus. Haben wir alles. Ja, ne? Äh, ich denke schon. Ist nichts Wichtiges stehen geblieben. Jo. Nichts, was wir nicht ohnehin schon hätten. 170 und 114, Mann. Meine Güte. Ja, es wird wieder mehr. Aber es war jetzt ein Angriff. Komisch. So, wenn jetzt KV-2 kommt, wird die nächste Verteidigung lustig. Wir haben drei Forschungen bekommen. Aber 2700 Munition immerhin. Also der KV-2. Ich will jetzt wissen, was der kostet. Äh, 34 Punkte. So wie die Katjuscha. Wahnsinn. Der schwere Mörser 20. Der ist schon ziemlich gut, der schwere Mörser. Ja, der ist wirklich gut. In der Brandmunition. Das ist super im Wald und so. Was machen wir jetzt mit den drei Punkten? Machen wir jetzt weiter bei der Infanterie? Oder? Wir könnten jetzt Großdeutschland nehmen. Die haben auch einen LKW. Ja, das wäre noch was besser, glaube ich, ne? Wehne ich auf bessere Ausrüstung? Ja. Oder wir machen die Brandenburger. Äh, boah, das müssen wir uns erstmal in Ruhe an. Das gucken wir uns in Ruhe an, Leute, weil jetzt müssen wir erstmal die Werte vergleichen. Ähm. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann, wie immer, haut rein, Leute. Bis dann, wie immer, haut rein, 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 haut rein Bis zum nächsten Mal.